Hey, der... Wieso geht der denn da nicht ran? Ey, das ist doch... Ey, so schwer ist das nicht, ey, ganz ehrlich. Ey, den kann ich vergessen, ich komm nur auf den Wege da ran. Wat ist denn hier im Wege, der scheiß Fass, ey, sag mal. Wenn ich da hochklettern tue, das bringt mir auch nix. Ey, komm, von... Also, du bist ja wirklich... Also, von wat für'n bisschen wäre er immer... ...speichern. Wieso klettert er denn da nicht rauf? Ey, so schwer ist das nicht. Mann, ficken, Alter, richtig feste... Ey, der ist doch... Ey, boah, ich schmeiß den Teil gleich gegen die feste Wand, Alter. Jetzt aber, warte mal. Ich geh erstmal zurück, damit ich in sich... Der sieht mich so oder so, Alter. Es kann nicht wahr sein. Muss ich den irgendwie ablenken, oder was? Du kannst doch nie... Boah. Speichern. So, jetzt mach schnell hin, ne... Der... Ich... Ich kapiert nicht. Ich kapiert nicht. Ich hab... Ich hab... Sonst hab ich diesen Weg auch immer genommen. Ich versteh nicht, warum der... Ich versteh es nicht, warum der mich sieht, ey. Friss das. Du, dann ist er jetzt erstmal abgelenkt. Jetzt dreht er sich wieder zu mir. Warum dreht er sich wieder zu mir? Ey, sag mal. Ich kapier's wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Lauf doch dort hinten hin. Herrgott, noch eins. Er dreht sich zu mir. Ey, ist das geil, oder was? Ey, das Spiel ist jetzt so verschissen zu mir, Alter. Jetzt... Oh, wo kommt der denn her? Ey, ich hab schon wieder so die Schnauze voll. Ey, wirklich. Der ist einfach viel zu langsam. Der sieht den. Boah, Ficken, Alter. Ey, geh gleich raus und fick alle, die ich treffe, ey. Was ist denn los, Mann? Ich verstehe es nicht. Kann ich hier irgendwann kaputt schießen, oder was? Eine Lampe, oder? Aber das bringt doch alles gar nichts. Die Kühlung. Die Kühlung ist das Wichtige. Die Kühlung ist die Tarnung. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich freu mich ein, Alter. Es bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Ich muss da ranklettern, bis ich da hinten bin. Anders komme ich da nicht vorbei. Aber ich verstehe es nicht, warum der mich immer wieder sieht. Ich kapiert echt nicht. Ich muss den irgendwie ablenken, Alter. Ich weiß nur nicht, wie. Ja, so vielleicht. Es klettert nicht rauf, ey. Ich kapier es nicht. Ey, sass mal. Wie schwul kann man sich anstellen, ey? Ganz ehrlich. Da kommt jemand. Jetzt, ey. Jetzt versau es bloß nicht. Ich wette, der sieht mich jetzt wieder. Ja, 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 ja. Der kommt doch schon zurück. Der andere, der jetzt kommt, ist... Ich kapier es nicht. Alter. Ich hab so die Schnauze voll, Alter. Ich sollte echt die Aufnahme beenden, bevor ich hier jemanden töte, Alter. Ey, Ficken, Mann. Seht euch das doch an. Das kann doch nicht wahr sein. Gerade diese eine Stelle mit dem Scheiß, äh, Dingens da oben. Das habe ich jedes Mal geschafft. Ich verstehe nicht, warum jetzt das Problem ist. Ich kapier es nicht, Alter. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Jetzt schieße ich halt da lang. Hab was gehört. So, jetzt gehen sie alle auf die rechte Seite. Boah, jetzt... Bitte seht mich nicht. Nein, 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 nein. Nein. Na, es ist doch zu wichsen, Alter, ey. Verdammt nochmal. Das kann doch nie wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein, ey. Ich darf den da vorne nicht ablenken. Was war denn das? Die verschissenste Scheiße der Erde. Ganz ehrlich. Hab was gehört? Ich kapier's nicht. Da, der sieht mich doch jetzt wieder, wenn ich hier vorbeigehe. Ja, das ist... Ich kapier's nicht. Alter, ich werd gleich noch richtig feste Laut, Alter. Ey, das Spiel wichst mich so an, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ficken, Alter, wirklich. Und ich sag's noch zehnmal. Ficken. Man, das ist doch kein Let's Play. Na gut, du guckst dir sowieso keiner an, Mann. So, ach, ey. Ach, ich geb auf, Alter. Ganz ehrlich. Ich hab die Schnauze voll, Mann. Ne, ich mach es. Ich mach es. Ja, das ist die beste Lösung. Ich mach es jetzt einfach wieder so. Ich mach jetzt einen Schnitt und... Ja, das scheiß Headset hier. Ey, ficken, Alter. Dein Kabel ist so kurz, Junge. Boah, leck mich doch die Eier glatt, Alter. Oh, ey. Ja, das bringt jetzt nichts. Wie gesagt, ich mach hier wieder einen Schnitt und werd den Offscreen versuchen, weil... Boah. Ne, bis dann. Wie gesagt, im nächsten Part und dann... Lecken, Alter.